Hey, ho und hallo liebe bewusstseinserweiternden Podcastfreunde. Wir von Sagenhaft und Sonderbar sind für uns und für euch immer mehr dabei, unseren Horizont zu erweitern. Dass wir uns mit gleichgesinnten Freigeistern wie Georg vom Deframing Channel austauschen dürfen, ist uns eine solche Freude, dass wir euch auf dieser Reise gerne ein wenig mitnehmen und somit wir alle ein wenig wachsen und unser Bewusstsein erweitern dürfen. Diese individuellen Realitätserschließungsprozesse versuchen Georg, Mirko und ich, heute euch ein wenig mit eigener Erfahrung zu schildern. Also, viel Spaß, abonniert unseren Kanal und lasst uns gerne ein Like da. Kennt ihr noch aus den 90ern die Mickey-Maus-Hefte mit Tick, Trick und Track? Normal. Die hatten doch so eine Pfadfindergruppe mit dem schlauen Buch. Da stand alles drin in diesem schlauen Buch, alle Tricks. Und das haben wir mittlerweile, das schlaue Buch. Ich hatte sogar damals in dem Mickey-Maus-Magazin, ich weiß nicht mehr, wann das war, ich denke mal, so zweite Klasse die Ecke, da gab es mal für ein paar Monate jede Woche immer so ein paar Ausschnitte aus dem schlauen Buch, die konnte man sich ausschneiden und da war sogar so ein Ordner bei, wo man die einheften. Das hatte ich auch. Ja, das hatte ich auch, genau. War so braun, ne? Und da konntest du den Knoten, machst dann so ein Kram und Feuer und... Stimmt, das schlaue Buch, ich erinnere mich. Ja, und damals als Kind hatte ich, boah, das schlaue Buch, das hätte ich so gern. Dann habe ich mir auch extra die ganzen Hefte geholt und heute gibt es das schlaue Buch. Hätte ich nicht gedacht. Ja, ich hatte diese Yps-Hefte auch noch. Mit kleinen Krebstierchen. Ja, und diesen ganzen Agenten-Gadgets und so. Ja, es war eine krasse Zeit. Mit dem Spiegel um die Ecke gucken und so. Ich weiß auch nicht, wie ich das gemacht habe als Kind oder auch als Jugendlicher. So viel konsumiert einfach so viele Inhalte, ob es jetzt lustiges Taschenbuch ist oder irgendwelche Fernsehserien, Saber Rider. Ich habe eigentlich so viel konsumiert und war trotzdem so viel draußen. Ich hatte gefühlt so viel Zeit und heute frage ich mich, wo bleibt der Tag? So, was ist los? Und dann noch die ganzen Spiele, die man durchgezockt hat. Ja, alles, alles. Das ist unglaublich, ne? So krass. Ja, als ob unsere Aufmerksamkeitsspanne damals noch größer war. Ja, oder wir auch, also wenn ich jetzt meine Tochter sehe, mit was für einer Energie, die durch den Tag fegt. Ich glaube, wir sind da rumgelaufen und haben alles einfach so aufgesaugen. Irre, ey. Richtig, das war richtig gerauscht. Das haben wir alle Menschen auch irgendwo gemeinsam. Dass wenn wir geboren werden und erwachsen werden, so langsam wir uns unsere Welt, die um uns herum stattfindet, irgendwo erschließen müssen. Und ja, da muss man sich dann einordnen, wo man dann selber steht zwischen dem, was man selber ist und das, was die Außenwelt einem da dann spiegelt. Ja, da kommt dann die Psyche mit ins Spiel, die sich da entwickelt. Und auch diese ganzen falschen Ideale, die von Out und Außen angepriesen werden, bei denen man erstmal lernen muss, dass man sie dankend ablehnen kann. Ja, dann haben sie mir als Kind zwei Jahre lang von allen Seiten eintrichtern wollen, dass ich hyperaktiv bin und dass ich nicht aufpasse, dass ich nur störe im Unterricht. Ja, ja. Dann hat man aber irgendwann in den zwei Jahren herausgefunden, dass ich einfach nur unterfordert war und einfach immer nach neuen Informationen lächste und dann in so einer Schulklasse, wo allem das Gleiche beigebracht werden soll, da einfach mich rausnehme dann und sage, ja gut, macht ihr euer Ding, ich gucke mal, was ich mache. Dann habe ich aber irgendwann für mich herausgestellt, das ist gar keine Hyperaktivität, das ist eine Hyperaufmerksamkeitsspanne. Das bedeutet, ich bekomme einfach viel mehr mit als die meisten anderen Menschen in meinem Umfeld und für mich als Kind war das noch gar nicht greifbar. Aber alle anderen Erwachsenen von außen kommen dann auf dich zu und sagen, du musst still sitzen, du musst zuhören und du hast so und so zu sein. Und irgendwo in einem selbst entwickelt sich dann ein gewisses Ungleichgewicht, wo man sich ja denkt, bin ich jetzt verkehrt oder was läuft denn hier schief? Und ja, das sind so die ersten Punkte der Bewusstwerdung in der Jugend, die da so auf mich zukamen. Wie war es bei euch? Ja, das ist bei uns. Ich habe über einen witzigen Punkt noch vor ein paar Tagen gesprochen. Etwas, was mich als Kind immer sehr verunsichert hat, was ich so später dann herausgestellt habe, das ist auch mal aus dem Grundschulalter schon, dass ich, dass die, die ich für am dümmsten gehalten habe, die waren immer von sich am Überzeugtesten und am selbstsichersten und haben das auch so rausgehauen und wurden auch dafür bewundert. Und Leute, von denen ich dachte, die haben eigentlich Ahnung davon, die haben sich oftmals gar nicht getraut, etwas zu sagen oder sind auch so im Hintergrund geblieben. Und dann wurde halt auch das gemacht, was der Lauteste halt wollte. Und dieses Prinzip ist mir da schon sehr schnell klar geworden irgendwo. Ja, bei mir war es ähnlich. Es gab so zwei Punkte. Das eine war, ich war, galt als verhaltensauffällig auch und habe kein Ritalin bekommen, sondern die Mathelehrerin hat meiner Mutter autogenes Training empfohlen, wofür ich wirklich sehr dankbar bin, weil das für mich einige Tore direkt geöffnet hat. Schon mit 16, die, durch die ich heute noch jeden Tag durchgehe irgendwie so. Und dann aber, klar, dieses Nicht-Verstanden-Werden und das ist für mich auch das Schlimmste eigentlich an diesem Schulsystem. Ich sage, du kannst doch ein Kind im aktivsten und aufregendsten Alter nicht dazu verpflichten, acht Stunden am Stück auf dem Arsch sitzen zu bleiben, mehr oder weniger. Jeder Stunde eine andere Matschfresse da vorne zu haben, so, die dir irgendwas an den Kopf labert, ob es dich interessiert oder nicht, drauf geschissen, so. Das hat mich auf jeden Fall verstört. Und es hieß dann immer, ja, er könnte alles machen, aber er muss was an seiner Einstellung tun. Und ich wusste nicht, was die meinen. Also, selbst wenn ich es gewollt hätte, ich hätte nicht gewusst, wie ich meine Einstellung hätte verändern sollen, zu was. Was geht bei denen ab? So, ich dachte einfach nur, diese bekackten Erwachsenen die ganze Zeit, so, eigentlich die ganze Zeit. Was geht ihr mir auf den Sender? Und, ja, hab mich sofort abgekapselt, so. Hab angefangen zu kiffen, wollte mit dem ganzen Zirkus nichts zu tun haben, hab geschwänzt, war sehr viel draußen. Ja, oder hab mich, hab hab baked geguckt und hab mich in diesen Kult oder in die Musik reingegeben irgendwie, ne. Ja, und witzig ist, wo du das sagtest, meine Mutter meinte gestern noch zu mir, dass meine verstorbene Oma, sie wäre die erste gewesen, die gecheckt hätte, dass ich nicht irgendwie dumm bin oder halt einfach nur verhaltensauffällig, sondern dass ich unterfordert gewesen wäre. Und das, ja, war krass, ja, die Frau war mega unterschätzt, ja, es gibt bei mir den akademischen Flügel der Familie und den Flügel meines Ziehvaters, das war eher Arbeiterklasse, alte Sozialisten, Gewerkschafter, Personalwesen. Und meine Oma damals, sie hat damals schon Erich van Däniken gelesen und ganz viele Bücher im Regal stehen gehabt mit Ägypten und Esoterik und der Rest der Familie hat sich an den Kopf gepackt, so irgendwelche studierten Chemiker oder Direktoren und so, die haben eine ganz andere Welt, für die ist das irgendwie Nonsens. Ich glaube, jeder muss irgendwann in seinem Leben für sich entscheiden, gucke ich mir die Welt in jedem Detail an und versuche mir einen Gesamtüberblick zu machen oder gehe ich in irgendeinem Detail der Welt so in die Tiefe, dass ich dahingehend ein Spezialist da drin bin. Erstmal wird man ja auch nur das annehmen, was einem vorgelebt wird, aus der Familie, aus dem Umfeld heraus und dann, wie du schon sagst, gibt es da verschiedene Parteien, die verschiedene Ideale haben, verschiedene Wege auch vorleben. Bei mir war es aber dann so, dass fast alles, was mir da vorgelebt wurde, irgendwie für mich nicht passend oder stimmig war. Man sich aber trotzdem aus Grund von Konformität, auch man müsste ja dazugehören oder auch etwas erreichen, was einem so andere darstellen, da hat er dann probiert, auch diesen Weg einzuschlagen, bis man dann hoffentlich irgendwann auch merkt, dass das eigentlich gar nicht der eigene Weg ist und man mal gucken sollte, welche Register man da selber für sich zieht. Am Ende sollten ja beide Wege am gleichen Ziel landen, wenn die Welt holographisch aufgebaut ist oder fraktal, dass ob du jetzt in die Struktur hineingehst oder ob du das große Ganze siehst, dass du letztendlich ein und dasselbe siehst. Nur sind, glaube ich, die Leute, die so krass eine Schiene fahren, die haben nicht sehr viel Empathie teilweise für die Leute, die halt einen ganz anderen Ausschnitt sehen als sie. Aber ja, ich glaube, die müssen sogar Scheuklappen aufsetzen und gewisse Aspekte ausblenden, um ihr eigenes Weltbild dann noch weiter stimmig zu halten. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Und auch um Reflexionsfläche zu bieten für Leute, die sich darüber Gedanken machen, wie kann der das nicht sehen? Das ist auch so ein Punkt. Ja, da kommen wir auch zum Punkt. Warum sehen wir da Sachen, die andere nicht sehen? Warum fühlen wir uns hier in einer oberflächlich heilen Welt so fehl am Platze? Wo geht Schein und Sein auseinander? Ja, ich glaube, wenn ich das so richtig sehe, dann war es ja bei uns allen dreien eher so, dass wir uns von unserer Außenwelt irgendwie offensiv, also wir haben uns nicht wirklich angenommen gefühlt für das, was wir sind, sondern wir haben gelernt, wir müssen was leisten und es gibt einen harten Verdrängungswettbewerb und der Lauteste gewinnt oder der Schnellste oder der Klügste oder der Stärkste, der Rücksichtsloseste kriegt hier das, was er will. Und die Schwachen müssen gucken, wo sie bleiben. Das sind Sachen, die gehen sehr schnell ins Wesen und in Fleisch und Blut über, ohne dass du bewusst verstanden hast, was da los ist und warum du so bist, wie du bist. Und irgendwie formt dann deine Umwelt dich, quasi deine Psyche, dein Wesen und unter Umständen kommt dabei ein ganz schöner Kuddelmuddel bei rum irgendwie und du bist dann in deinem Leben mit Situationen konfrontiert, die dir nachhaltig nicht gut tun oder die für dich äußerst hohen Stresslevel erzeugen, die unangenehm sind, Streit, Gewalt, ungesunder Lebensstil, Krankheit, keine Ahnung was oder unendlich viele Dramen und die falschen Freunde, die falschen Leute und Intrige und keine Ahnung was. Und wenn du irgendwann dahinter steigst, dass es für dich vielleicht einen, dass es einen Grund gibt, warum dir das alles passiert und warum du die Rolle in deinem Leben spielst, die du gerade spielst und warum du immer wieder durch diese gleichen Beziehungsmuster durchgehst, den gleichen Stress hast und was das alles mit deiner Kindheit zu tun hat, dann merkst du, okay, ich kann darauf Einfluss nehmen. Und ich glaube, obwohl ich nicht für den Einsatz von Drogen bin, glaube ich, dass so eine Veränderung des Bewusstseins etwas Geiles leisten kann, nämlich, dass du wirklich mal dich selbst und deine Gedanken und das Leben, die Welt aus einem anderen Blickwinkel siehst und merkst, boah, es gibt da so viel mehr, als ich aus dieser Lebensgeschichte, aus dieser Position meiner ganzen Probleme heraus erahnen kann und dann vielleicht einfach einen anderen Weg einzuschlagen, für sich selbst anzufangen, zu reflektieren, seine Beziehungen zu reflektieren, seine Kindheit, also die Kernbeziehungen, Mama, Papa, Autorität, Lehrer, gibt ja diese drei Beziehungsebenen irgendwie persönlich und gesellschaftlich und familiär irgendwie und dann gucken. Das ist aber auch, glaube ich, der normale Weg hier, dass man sich erstmal auf diesen ganzen Reibungspunkten im System ein bisschen in Straucheln gerät und dann auch verwickelt in diesen ganzen Angelegenheiten, die du gerade aufgezählt hast. Aber diese Verwicklung ist ja auch wichtig, sich später wieder entwickeln zu können. Na klar. Gerade auch mit kurzzeitiger Identifikation mit Sachen, die man selber nicht ist, erkennt man sich selber auch. Das heißt, wenn man mal durch einfach nur Erleben so durch die Welt streift und sich dann einfach mal was macht, was man eigentlich nicht ist, dann kann man gerade in den Situationen erkennen, was und wie man selber ist. Also einfach auch mal sich Situationen auszusetzen, die eigentlich nicht stimmig für einen sind, finde ich hilfreich. Was heißt, die nicht stimmig sind? Vielleicht nur die, die nicht den vorher sicher geglaubten Basisannahmen entsprechen und die mal ein bisschen... Die Komfortzone, ne? Ja, genau. Ich nehme mal so ein Beispiel wie Fußballstadion-Hooligan-Szene, sowas zum Beispiel. Aber das einfach mal zu fühlen, wie sich das anfühlt, wenn da 500 gegen 500 gerade gegeneinander kämpfen wollen, das ist schon eine Erfahrung wert für mich gewesen, so, ja. Einfach mal den Rausch mitnehmen. Ja, ich erkenne das halt als einen Aspekt, an den es gibt auf der Erde. Es tut mir nicht weh, ich kann mich damit wohlfühlen, so halbwegs. Es ist halt natürlich Energien, wo ich nichts mit zu tun haben will, aber es ist trotzdem ein Aspekt der Erde und deswegen will ich da oftmals auch einen eigenen Blick drin haben. Deswegen bin ich auch zwei Jahre zur Bundeswehr gegangen, weil ich kann ja nicht Pazipist sein, wenn ich den Verein nicht kenne, so. Ja, ich weiß, was du meinst. Ach, kann man schon. Ja, aber jetzt danach fühle ich mich berechtigbar, das zu sagen. Ja. Also so als Erlebnistourist auf der Erde irgendwie. Du bist jetzt hier in diesem Körper und hast hier dieses Spiel der Dualitäten, so siehst hier diesen ganzen Film und guckst einfach mal in das Angebot rein, betrittst quasi verschiedene Räume des Kinos und ziehst dir das rein. Finde ich legitim, auf jeden Fall. Wobei die Frage halt ist, wie weit geht man, so, ne? Ganz klar. Wenn die Leute da sind, die sich freiwillig auf die Fresse hauen, so, dann sollen die sich freiwillig auf die Fresse hauen, wenn die da niemand anderen mit reinziehen, der da keinen Bock drauf hat, so, ne? Denke ich. Gibt Leute, die werden dafür hoch bezahlt und stehen im Ring. Ja, ja. Ja. Ab dem Moment, wo ich dann halt mich selbst als so fremd in dieser Welt empfunden habe, da kam es halt auf einmal halt irgendwie auf, dass ich mich fragte, so, ja, entweder du machst jetzt irgendwie, was sie dir die Leute vorgeben oder du fühlst dich einfach mal in jeden Aspekt und in jeden Menschen, den es gibt auf der Erde, hinein, weil alles, was hier auch Mensch auf der Erde ist, hat ja irgendwo eine Verbindung mit mir. Sei es jetzt, dass wir alle sterben, dass wir alle schlafen, so ein paar Gemeinsamkeiten haben wir halt alle. Dass wir uns alle ich nennen. Ja, zum Beispiel, genau. Und von daher denke ich mir, muss jeder Geist, der ja auch irgendwo mal Kind war und irgendwo aufgewachsen ist, irgendwo eine Berechtigung für seine Handlungen in seinem Geist, das muss stimmig sein. Es kann keiner was Unstimmiges machen. Ja, wenn aber vielen Fäcker gar nicht aufwenden, die was Unstimmiges machen, davon muss man ja auch so ein bisschen in Resonanz mit sich selber und auch in der Selbstreflexion erst mal sich befinden, um aufzufinden und dass es dir selber auffällt, dass du halt irgendwie nicht mit dir oder mit dem Plan des Universums in Einklang schwingst. Und dementsprechend dann auch ranpassen, das Verhalten. Aber ich meine, da werden wir ja auch hingezüchtet. Wir hatten ja gerade das Schulsystem nochmal so ein bisschen genauer dargestellt und das ist ja auch so ein Punkt im Schulsystem. Wenn du da eine besondere Auffälligkeit hast, etwas, was du anders machst als die anderen oder auch im Kindergarten schon oder wo auch immer, dann heißt das ja, mach das mal nicht so, das fällt auf oder da bist du anders als die anderen, mach das doch so wie die anderen. Dann wirst du wieder gleich gemacht. Aber oftmals sind ja genau diese Punkte, die dir in der Kindheit, von denen dir dann erzählt werden, das wären deine Schwächen, deine Fehler, die musst du anpassen. Das sind ja eigentlich deine Stärken, die du ausleben solltest, deine Spezialitäten auch, in denen du speziell bist. Was anders machst du als die anderen. Dann lebst du aber, wirst du aufgezogen in einem Vergleichssystem, in einem Schulsystem, wo du nur in Konkurrenz gegeneinander gehalten wirst und genau solche Aspekte nicht abgefragt werden, sondern nur die Konformität abgefragt wird. Und dann behandelt man oder verkennt man seine eigenen Stärken im Laufe des Lebens erstmal als Schwäche. Und das erstmal wieder umzudrehen und rauszufiltern, diese Traumatisierung, das erfordert ja auch erstmal eine gewisse Arbeit. Es ist eigentlich, als würde man dir die Beine brechen und die Flügel absägen. Eigentlich sind wir alles Engel. Es ist schon brutal, was mit den Kindern gemacht wird und wie stoisch das auch einfach als große Errungenschaft abgefeiert wird. Dass man sagt, ja, die haben ihr Recht auf Schule und deswegen... Recht auf Bildung. Recht auf Bildung. Wir haben das Recht darauf, von uns gebildet zu werden. Und dann steckst du die in so einen Indoktrinationsknast irgendwie. Das ist einfach so crazy. Allein die Strukturen darin, wie die schon aufgezogen sind. Ich meine, das ist doch das Krankeste und Unnatürlichste. Jeden Jahrgang an sich zu separieren und die Gegeneinander in Konkurrenz zu stellen. Das ist doch in keinster Form irgendwie was, was einem organischen, natürlichen Entwicklungsprozess in einer Gesellschaft nahe kommt. Weil normal würde es halt, ich sag mal, verschiedene Gilden geben, verschiedene Interessenbereiche. Immer die Sportler, die Mathematiker, die Informatiker, die, keine Ahnung, Künstler. Und dann macht da jeder was. Das sind ein paar ältere Kinder, die haben schon ein bisschen was gelernt, können den Kleineren dann was beibringen. Da gibt es auch so ein paar vielleicht eigene Arzt dabei, so ein paar eigene Spezialitäten da auch nochmal drin. Und da kann man sich dann reinarbeiten, findet auch seinen Platz in der Gruppe, wird dann später auch selber zum Lehrenden, wenn man einen gewissen Grad auch dort an Fähigkeiten erlangt hat. Und dagegen wird er komplett vorgegangen. Da werden alle gleichgestellt und es werden dann sogar noch die, sag ich mal, die sich oftmals am asozialsten verhalten, sozial in der Gruppe am meisten, naja, nicht geachtet kann man nicht sagen, aber schon so haben den höchsten Stellenwert oder sind am nächsten am Fresskrug, sagen wir mal so. Wieder der lauteste, der sich aussieht. Der lauteste mal wieder, genau. Es ist eine Frage der Paradigmen, wenn wir als zum Beispiel leitendes Paradigma einführen würden, dass es darum geht, Konflikte gewaltfrei zu lösen, dann kannst du da mit dieser Kompetenz Kinder ausstatten, die dann innerhalb von so einer altersgemischten Gruppe regulierend wirken können. Grundsätzlich tue ich mich extrem schwer damit, so eine Art Parallelwelt für Kinder aufzubauen und die einfach komplett in jeder Hinsicht zu bevormunden und über sie bestimmen zu wollen und denke, dass die viel mehr, also es geht mir nicht um Wahlrecht, das ist schon wieder so, dass die viel mehr teilhaben sollten an der Welt der Erwachsenen, am Arbeitsleben, am sonst was und glaub mal, dass das schnell geht, dass so ein Kind dann hinterfragt. So, und dann die Eltern vielleicht auch mal denken, hä? Warum machst du das? Was ist das? Wer ist das? Warum darf der so mit dir reden? Darf ich auch so mit dir? So, da geht ja dann viel auf. Und mir ist schon klar, warum es gerade nicht so ist, weil dafür... Wahrscheinlich wurde deswegen separiert, damit solche Fragen gar nicht erst aufkommen. Ja, ja. Wahrscheinlich, ja. Ja, wir haben da tatsächlich eine richtig progressive Anti-Ich-Bildungsmaßnahme in unseren Kindern allen drin. Und wenn das ja so ist, wie ich es ja auch eben schon mal sagte, dass jeder Mensch sich irgendwo in seinem Leben entscheiden muss, werde ich Spezialist oder versuche ich den Gesamtüberblick zu kriegen, dann ist es ja schon, finde ich, ziemlich kritisch, dass wir schon in unserem Schulsystem so eine Defragmentierung von allem auch schon haben. Wir haben jetzt eine Stunde Deutsch, dann zwei Stunden Englisch und das hat nichts miteinander zu tun. Das ist aber eine Fragmentierung. Die Fragmentierung wäre jetzt das Gegenteil. Klug-Scheißer-Modus. Gut, dann danke. Aber ihr habt verstanden, was ich meinte. Das ist das Wichtigste. Unbedingt. Ja, es ist ja auch eine Differenzierungsmaschine. Ein paar werden aussortiert und es geht ja dann an der Uni genauso weiter. Also da ist ja auch nur Hochbücken angesagt und Konformität gefragt. Und wenn du wirklich mal dahinter guckst, überall, wo es um irgendwelche Machtpositionen geht, um Verantwortung und Ansehen, wo Budgets verteilt werden und eigentlich alle am Gemeinschaftstopf naschen, so ja, da überall ist ein Umgangston, also in den Öffentlich-Rechtlichen, das ist wie Game of Thrones. Das ist, da willst du nicht sein. Da möchtest du nicht leben. So, das ist, da bin ich dankbar und froh, dass ich da nicht irgendwie involviert bin oder irgendwie drin gelandet bin, weil ich wäre, also ich weiß schon, warum ich da nicht gelandet bin, aber ich bin jetzt den Leuten nicht böse, die das da durchziehen, sondern die tun mir echt aufrichtig leid. Und so, das ist wirklich, ich kann mir das sehr traurig vorstellen. Auch dieser Vibe, in dem du die ganze Zeit bist, wenn du die ganze Zeit das Gefühl hast, du musst dich absichern, damit niemand an deinem Stuhl sägt und du bist schon immer auf der Jagd nach der nächsten Beförderung und dem nächsten Ding. Und das ist doch Wahnsinn, das nächste Projekt und die nächsten Förderbudgets. Und zack, hast du dem Falschen das Budget geklaut, hast du ein Messer am Rücken. Von dem, mit dem du gerade noch zusammenarbeiten wolltest. Also auf dieser Ebene, so stehen wir das davor. Der kommt mit einem Hammer in deine Bude, keine Ahnung was. Ja, natürlich, natürlich, da werden die Pfründe auch mit allen Mitteln verteidigt irgendwann. Und wenn du, das ist ja auch das, was ich die ganze Zeit sage, wenn du wirklich die Größe entwickeln solltest, dass du Gefahr läufst, du könntest wirklich was an der Hackordnung ändern, also an der realen Hackordnung, dann wirst du ganz schnell aus dem Weg geräumt. Und da gibt es kein, da ist dann auch jedes Mittelrecht. Da wirst du dann wie Assange, da werden dann Hexenprozesse gemacht, du wirst einfach vor den Augen der Öffentlichkeit zu Tode gefoltert. Und die Leute tun so, als gäbe es das nicht. Und das ist wieder die Psychologie im Kleinen. Du hast Familien, in denen findet einfach Missbrauch und Gewalt statt. Und die tun so, als gäbe es das nicht. Das wird als Schutzmechanismus vielleicht einfach ausgeblendet. Weil wenn du dich mit diesem abgrundtiefen Bösen, mit dieser absoluten Empathielosigkeit auseinandersetzt, das tut einfach weh. Und ich glaube, manche würden das auch gar nicht aushalten. Die können das nicht wahrhaben, dass es solche Schweine gibt quasi. Ja, und dass die auch noch über dein Leben bestimmen und über die Lehrpläne deiner Kinder. Ja gut, das tun sie ja nur, wenn du das akzeptierst. Ich meine, wenn man sich innerhalb des Systems in der Position bewegt, die du gerade dargestellt hast, dass man sich das gar nicht vorstellen kann, dass es so wäre, dann ist es auf jeden Fall so, dass die über dein Leben bestimmen. 100 Prozent, 100 Prozent, ja. Das ist krass. Deshalb vertraue ich in den Gruppen-Avatar. Die Zeit der großen leuchtenden Personen, die ist vorbei. Wir haben alle gesehen, was mit den großen leuchtenden Personen passiert. Die kriegen alle eine Kugel in den Kopf beziehungsweise werden ans Kreuz genagelt. Es war schon immer so und es wird immer so bleiben. Wir werden als Hexen verbrannt oder was weiß ich was. Und es bringt nichts, auf irgendwen zu warten oder irgendwem hinterher zu laufen. Ich glaube, muss jeder für sich jetzt sagen, okay, was wartet hier auf mich? Ist es das wirklich? Will ich, wie meine, wie ich jetzt hier an vielen Schicksalen sehen kann, will ich so alt werden? Will ich so in Rente? Will ich so lang knüppeln, knechten, schaffen? Warten, was weiß ich was, Rente gut sagen. Selbst meine Eltern, meine Großeltern haben das schon gesagt. Wenn ihr mal groß seid in unserem Alter, dann wird es wahrscheinlich keine Rente mehr geben. Weiß nicht. Ich glaube auch nicht an dieses Märchen, aber habe ich schon lange nicht mehr. Es ist noch so, wie diese Karotte, die er mal in einem vorhält. Ja, aber es ist auch... Wie wird es dann in so einer Grundversorgung enden, wenn überhaupt? Es ist auch so lächerlich zu glauben, man wüsste oder könnte auch nur im Ansatz erahnen, was morgen oder übermorgen passieren würde. Also ich weiß ja, man plant so seine Tage und man zieht eigentlich aus dem, was passiert, viel zu selten den Schluss, dass jederlei Planung eigentlich überflüssig ist. Du kannst planen und klar, du kannst auch so eine To-Do-Liste abarbeiten, aber was genau morgen passiert, du hast keine Ahnung. Es ist immer der wissenschaftliche Weg, der vorausgesetzt wird, aber es findet in jedem Moment auch ein Faktor statt, der unbemessbar ist, sage ich jetzt mal. Und der ist in diesen Rechnungen nie drin. Eben, wenn man sein Bewusstsein ausrichtet auf einen gewissen Fokus, auf ein Vorhaben, auf eine, ich nenne es mal schon, es muss jetzt keine konkrete Absicht nach Plan oder To-Do-Liste sein, einfach nur ungefähr in eine Richtung, in die es geht. Dann werden die Möglichkeiten sich ergeben dazu. Und dann kann man auch, wenn man den besten Tagesplan hat, trotzdem davon abweichen, weil man gerade merkt, nee, jetzt ist gerade Zeit für genau das Thema. Also ist das Problem, dass wir immer ein unkomplettes Weltbild in der Menschheit hatten, dass wir immer was ausgeblendet haben und somit nie wahrhaftig waren und somit uns immer vorangedruckst haben oder wie auch immer. Ich glaube, ausblenden müssen wir immer so ein bisschen, weil wir haben ja alle unsere verschiedene Perspektive auf das Ganze. Und erst aus diesen verschiedenen kleinen Einzelperspektiven ergibt sich ja dieses kollektive Gesamtbild. Und der Schutzmechanismus der Psyche funktioniert so, dass du erstmal Dinge wegschließt, in der Hoffnung der Psyche, dass du irgendwann dich dadurch, dass du es ausgeblendet hast, so gesund weiterentwickeln kannst, dass du irgendwann die Festigkeit und die Stärke entwickelt hast, um das dann nachzubearbeiten. Das ist das, wovon die Natur erstmal ausgeht. Wenn du ein Kind hast und das erlebt so wahnsinnig traumatische Sachen, es wird weggeblendet, damit die Psyche erstmal sich weiterentwickeln kann, um irgendwann an einem Punkt zu sein, wo sie das wieder ins Bewusstsein holen kann, um da dann gestärkt raus hervorzugehen, das zu integrieren. Aber das ist nur, wenn es dann optimal läuft. Ich weiß nicht, ob es die Menschheit als Kollektiv so gibt. Und ich weiß auch gar nicht, was es nicht alles schon für geile und feierungswürdige Communities und Bewusstseinsfelder gegeben hat, die für die Geschichte hier vielleicht gar nicht resonanzfähig sind. Vielleicht existieren da, wie diese Geschichte von Shambhala, irgendwie Dimensionen von Erde auch und Zeitlinien, die hiermit überhaupt nicht, die zwar parallel laufen, aber hiermit überhaupt nichts zu tun haben. Ich finde es spannend. Ich habe Bock, das herauszufinden. Ja, durch Realitätserschließungen, die wir alle so in unserem Lebenslauf drin haben, sind wir dann irgendwo an einem Punkt gelangt, wo das Sichtbare erfasst ist und man weitergehen kann und sich dann auch neue Dimensionen und Welten in seinen Geist vereinbaren kann. Und so kann man sich dann immer neue Hüllen schaffen oder sein Bewusstsein immer ein Stück weiter öffnen. Ich glaube, für mich war das ein Punkt, dass ich einfach mein persönliches Schicksal und mein Erleben nicht an das Schicksal der Menschheit koppeln wollte. Dass ich gesagt habe, mir ist eigentlich egal, was da im großen Film passiert. Ich habe das nicht unter Kontrolle. Ich kann das in dem Sinne erst mal vermeintlich nicht beeinflussen und gucke dann eher auf mich und gucke, dass ich eine gute Geschichte schreibe. Was auch immer das heißt. Eine eigene Geschichte. Eine wertvolle Geschichte. Eine eigene Geschichte, ja. Ja, du sagtest gerade, das war dir egal, aber ich glaube, es war dir gerade nicht egal, sondern du hast durch Erkennen vom Außen dich dann wieder mehr selber gespürt und wolltest dann dementsprechend dem Zeitgeist nicht mehr mitgehen. Und so sehe ich das für mich auch. Ja, und vor allem auch dann, glaube ich, ein wichtiger Punkt dafür ist, dass man dann irgendwann erkennt, dass man nicht gegen dieses große Kollektiv oder, ich sage mal, dieses große Ding, wo man nicht teilhaben will, wo man reingepresst werden soll, aber im Moment man sich gar nicht identifizieren kann. Dass man nicht immer dagegen kämpft, sondern einfach guckt, dass man für sich selber einen gewissen Space schafft, aus dem man dann die Basis hervornehmen kann, das zu gründen und das zu bauen, was man selber für sich haben will. Und dann, wenn man wirklich mit sich im Reinen, ja, okay, wäre schon mit sich im Reinen hundertprozentig, aber wenn man wirklich immer mehr sich selbst entspricht, sag ich mal, kommt durch diese Resonanz auch immer mehr die Menschen in ihrem Leben, die einem genau dabei helfen, da weiterzumachen, wo man gerade dran baut und baut. Und dann sind auch da viele Möglichkeiten vom Universum gegeben, das weiter zu unterstützen und da dann wirklich diesen neuen Space. Da muss man gar nicht gegen das alte kämpfen. Man muss das einfach ignorieren, gar nicht drauf einlassen, nicht von provozieren lassen, vor allem auch, weil das machen sie gerne, mit den Triggern überall setzen. Das eigene Aufbauen, da in die Kraft kommen. Exakt. Kann ich zu hundert Prozent überschreiben, unterschreiben, überschreiben, unterschreiben, drüberschreiben, ist auf jeden Fall auch mein Fazit, was ich aus der letzten Zeit gezogen habe. Es schluckt nur Energie, weil du verbrauchst dich, es ist ein Kampf gegen Windmühlen. Don Quixote war eine traurige Figur. Also wenn es konkret mit einem in Resonanz tritt und man wird da konfrontiert und dann muss man sich in Stellung beziehen, dann schon ganz klar sagen, nee, da mache ich nicht mit oder dann sagen, da bin ich nicht dafür, da auch gar nicht dann rumdrucksen oder irgendwie, da schon Klarstellung beziehen, aber halt nicht jetzt konkret immer dagegen vorgehen müssen, weil man glaubt, man muss jetzt die Welt von seiner Meinung überzeugen. Das ist nämlich genau wieder das, was dieses im Gegenteil wieder antreibt woanders. Danke sehr. Das sind sehr schöne Worte. Hundert Prozent. Mir ist das richtig bewusst geworden, wo ich auf der großen Demo in Berlin war vor zwei Jahren. Ich glaube im August war das. Da bin ich um sieben Uhr morgens von so einem Reporter, also ich kam da gerade an, der drückt mir ein Mikrofon ins Gesicht und sagt, wogegen sind Sie hier? Ich sage, äh, wogegen? Ich bin gegen gar nichts. Also mit der Frage hatte schon bei mir so eine Diss, also boah, er war erst mal so, ich bin gegen gar nichts. Aber da siehst du seinen Vorstellungshorizont. Er kann sich nur vorstellen, wenn einer auf eine Demo geht, dann gegen was. Das ist seine Welt. Mehr kann es da nicht geben. Aber ich kam dann auch erst mal so ein bisschen für mich selber in Erklärungsnot, weil es mir da erst mal klar wird. Ich dachte, ich stehe für Miteinander ein, für Liebe. Ich wusste gar nicht, was der wollte mit wogegen. Ja, gegen Maßnahmen. Ja, mein Gott. Das Paradigma des Kampfes steckt so tief in allen drin, dass es kaum noch auffällt. Ja, es wird immer gekämpft. Es wird gegen Kinderarmut gekämpft, Kampf gegen Rassismus, Kampf gegen Ungleichheit, Kampf gegen, keine Ahnung, häusliche Gewalt, Kampf. Es wird alles gekämpft. Und dann endet das irgendwann im Kampf für den Frieden. Und den Leuten ist nicht klar, wie unmöglich und verdreht das eigentlich ist. Kämpferischer Frieden ist immer schwer. Ja, wir müssen Bomben für den Frieden. Ja, seid ihr denn des Wahnsinns? Ihr wollt Waffen liefern, damit Frieden ist? Ja, wie kann man das Menschen verkaufen? Ich begreife es nicht. Oder es fiel mir lange Zeit schwer. Und ich verstehe auch, dass da diese Empörung oder diese Verstörtheit herkommt, wie Menschen das kaufen können. Ja. So. Weil das Krieg einfach keine Option ist. Das wurde ja auch eigentlich populär. und da gibt es große Mahnmale und Werke. Und scheinbar ist Hollywood so Abstumpferei und dass ständig überall geballert wird und ein Menschenleben auf der Leinwand einfach gar nichts wert ist. Und da einfach nur drrr, drrr. Und Gewalt, Gewalt, Gewalt löst jedes Problem oder auch doch nicht. Die Welt ist halt scheiße und so gehst du eigentlich gefühlt aus jedem Film raus. Und danach wird Halloween gefeiert, wo wir uns noch Körperteile an die Haustür hängen. Ja, das... Ja, ich weiß nicht. Da habe ich letztens schon mal einen Wendel mit dem Kickoff. Ich wusste das gar nicht. Was hängt man sich und da für Körperteile an die... Nein, ich sage immer so irgendwie Halloween... Nein, nicht Körperteile. Ich sage mal irgendwie eine abgeschnittene Hand oder so als Gruselfaktor. So meinte ich das jetzt nur dekorativ. Wird ja von manchen Leuten so zelebriert in diesem Rahmen. Ja, es gibt ja auch in... Wo ist das in... Mexiko? Schrumpfköpfe. Dieses Totenfest oder was? Oder das Fest der Toten? Oder irgendwie so? Mein Bruder war da. Der ist gerade in Mexiko. Ich finde es schon legitim, dem Grauen so ein bisschen die Macht zu nehmen, indem du dich ein bisschen es feierst und ein bisschen drüber lustig machst. Irgendwie... Es ist natürlich höchst zweifelhaft. Wenn das dein einziger Berührungspunkt ist mit so einer Thematik, finde ich es kritisch. Ja, das ist aber auch... Ich bin... Ich weiß da auch... nicht den komplett richtigen Weg, weil... Wenn du wirklich dir diese Abgründe reinziehst, da kannst du auch nicht ewig reingucken. Es gibt auch irgendwie Bereiche des Unterbewusstseins, die... Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie das gehen soll, wie man das... Ob das überhaupt gut ist, wenn das ans Licht kommt. so für... Deshalb, ich denke, es ist... Es hat schon seinen Grund, warum die Menschen gewisse Dinge ausblenden und wenn du davon ausgehst, dass ein Großteil der Gesellschaften eh traumatisiert ist, dieser Gesellschaft hier auf jeden Fall, und dass die auch noch vererbte Traumata mit sich tragen, und dann sollst du dir quasi immer die Augen offen halten für jedes weitere Trauma und jede weitere Enttäuschung und jeden weiteren Vertrauensbruch, den diese Welt hier zu bieten hat für dich. Das ist nicht leicht. Das ist... Da musst du eine Menge Nehmerqualitäten entwickeln und das irgendwie auch schaffen, auf eine gesunde Art und Weise zu verarbeiten, zu integrieren und ja... Das ist ja der schwierige Punkt bei seiner grundtraumatisierten Gesellschaft. Gerade jeder hat ja so seine Mikrotraumatas und die sind ja noch nicht mal oftmals böse gemeint. Manche entstehen nur aus einer ganz dummen Situation raus, dass die Mama schimpft, das Kind ist kurz beleidigt oder böse wegen irgendwas und das sind ja auch schon so Mikrotraumatisierungen, die aber dann im gesunden Verlauf normalerweise aufgearbeitet werden. Nur dem, was wir hier ausgesetzt werden, ist ja nochmal eine ganz andere Nummer. Und dann gerade auch in so einer Welt, wo wirklich die Selbstliebe bei vielen fehlt, die Selbstwertschätzung auch fehlt, diese gesunde, nicht der Egoismus, sondern wirklich die gesunde Selbstliebe und dann traumatisierte Menschen, diese Traumatas durch Triggerpunkte, die im Außen gespiegelt werden, dann wieder selber ausleben und wiederum andere traumatisieren, sind das wirklich so sich selbst reproduzierende Viren irgendwie, so Traumata in der Gesellschaft. Gerade wenn die Selbstliebe fehlt und der Respekt untereinander und man in Konkurrenz aufgezogen wird. Das sind ganz gefährliche Mischungen. Energetische Muster, die innerhalb von, das sind Psyche, also psychische Muster, also Energien auf der Ebene der Psyche, die, ja, sich gegenseitig am Leben halten und in Resonanz gehen und dann entwickeln die ein Interferenzmuster, schließen einen Kreislauf und das ist dann die Beziehung, in der das stattfindet. Das, es fängt ja schon bei diesen Vertrauensbrüchen an, von denen du eben gesprochen hast. Wenn Kinder permanent merken, dass sie unsicher sind, dass sie niemanden haben, dem sie wirklich vertrauen können, dass sie, ja, das kannst du dann bis, was weiß ich, was in die Spitze treiben, aber eigentlich ist jeder Moment, den ein Kind erfährt, wo das Gegenüber nicht in dem Bewusstsein ist, dass das Wesen, was dadurch diese Augen dich anguckt, das gleiche Wesen ist, was du auch bist. Das ist eigentlich für mich der Kern, auch der Kern meiner Arbeit, dass ich versuche, mich selbst und die Leute, die zu mir kommen, so oft daran zu erinnern und in dieses gemeinsame Feld zu gehen, dass wir mal für einen kurzen Moment unsere kompletten Geschichten und unsere Psyche und unser Dies und unser Das alles mal hinter uns lassen, uns in die Augen gucken und klar machen, dass wir beide uns Ich nennen und das Ich bin ist halt so die erste Person Singular von Sein und wir einfach zusammen sind. Jeder nur durch seinen individuellen Filter des persönlichen Ichs geschaltet. Es gibt einen Raum, in dem gibt es, da hat das individuelle Ich nichts mehr verloren, der ist nicht zugänglich für das individuelle Ich. Und wenn du gemeinsam in diesen Raum eintrittst, dann erlebst, dann betrittst du die Mystik des Seins, meiner Meinung nach. Weil da hören die Konzepte auf. Du denkst dir nicht vorher eine Idee aus und dann sagen beide, ja, unterschreibe ich, sondern du betrittst einen Raum, in dem du genau, also in dem du mit allem eigentlich verbunden bist. Das ist dieser Zugang zur Totality. Und dann merkst du, okay, es gibt, Trennung ist illusionär. Das sind alles verschiedene Formen, verschiedener Ausdruck dieser einen Energie und dieser einen Schwingung. Und in der schwingst du dann. Das ist ziemlich mindblowing. Das ist aber auch eine Erfahrung, die man echt nur mit erweitertem Bewusstseinsfeld machen kann, weil dieser Zugang ist einem nicht einfach so geliefert. Nein, es ist nichts, es ist glaube ich nichts, wo du ständig drin verweilen kannst, weil in dem Moment schon, wo du eine, es ist ein Ort, aus dem heraus du sprechen kannst, aber es ist nichts, wo momentan jedenfalls noch nicht ständig alle drin sein können. Dieser Moment, wenn du dir in die Augen guckst, der entsteht oder er entsteht nicht. Aber es sind auf jeden Fall Räume, die da sind und ich glaube, je häufiger wir sie betreten, je mehr wir uns in denen aufhalten, desto leichter wird es für uns auch diesen Weg. Es ist eigentlich als würdest das sind ja Zustände und Gegenden und Verknüpfungen, die sich du machst die und dann manifestieren die sich auch auf materieller Ebene, auch im Gehirn und alles mögliche und wenn du dahin gehst und immer häufiger hingehst, irgendwann kommst du da leichter hin und ich glaube, dass mit diesen bewusstseinserweiternden Drogen das ist eine Wissenschaft. Das Schöne, was ich noch anfügen wollte, ist es nur nicht für einen selber immer leichter, in diese Zustände oder diese Bewusstseinsräume einzutreten, im Alltag, je öfter man es trainiert, sondern auch für das Umfeld und für das Feld um einen Rumpf, für die Menschen wird es manchmal auch plötzlich verfügbar, in gewissem Maße, ohne dass die es wirklich selber trainiert haben, sondern es öffnet sich, es ist auch eine Art Ansteckung auf einer energetischen Ebene, die Bewusstseinsräume, die man da teilt, auch als Kollektiv. Man kann gemeinsam diese Räume betreten. das Spannende an der Geschichte ist halt, man kommt da nur hin, wenn man sein Ego losgelassen hat, um das wiederum zu verstehen, braucht man sein Ego und Verstand, um das wieder irgendwie einzuordnen und dann ist schon auch wieder der Punkt, wo sich das beißt. Ich weiß, was du meinst, also du hast das in der Schauspielausbildung oder im Schauspiel an sich auch, du induzierst bewusst einen Ablauf, der aber im Unbewussten stattfindet. Das heißt, es läuft eigentlich über beide Ebenen. Du kannst du kannst eine Aya machen, du kannst ein Iboga machen, du kannst Jopo oder Bufo machen und jeder wird etwas völlig anderes erleben. Es wird jeder erlebt etwas völlig anderes. Aber was, glaube ich, alle merken, die sowas machen, ist, dass da, klar, da fließen Informationen und es ist ein anderes Feld. Du hast auf einmal Zugang zu einem anderen Feld und du merkst... Und man erkennt die Felder. Ja, man erkennt die Felder oder fühlt sie. und man fühlt... Also je nachdem, wo du bist, entweder fühlst du dieses ganze... Fühlst du diese... Erde hier, diese ganze Matrix so wie bei Neo, wenn er so diese Dinger sieht oder du bist halt komplett nach oben und hast diesen kosmischen Uplink irgendwie, wo du... wo eigentlich gar nichts mehr ist. Ich kann es eigentlich nicht beschreiben. Du aber trotzdem Zugang zu allem hast. Also ich weiß, ich glaube, mein Wachbewusstsein kann das auch gar nicht alles verarbeiten, was in diesen Zuständen abgeht. Und selbst wenn man es genau beschreiben könnte, gibt es dafür keine passenden menschlichen Worte und das Konzept einigermaßen darzustellen für jemand, der damit noch nie Erfahrung gemacht hat. Es ist... Es hat ja mit Konzepten und sowas gar nichts mehr zu tun. Es hat ja mit dem Verstand, mit diesem... Mit der Psyche, mit dem Verstand, mit... Es ist ja völlig außerhalb von all dem. Losgelöst. Komplett. Es ist völlig universell. Das meint man damit ja, dass ein menschliches Bewusstsein, was mit diesen Welten noch nie wirklich in Kontakt getreten ist, trotzdem ein Konzept braucht, um es irgendwie greifbar zu machen für den Verstand. Und dieses ist da in dem Fall halt nicht gegeben, allein schon, weil die Worte fehlen. Ja, das stimmt. Und es wird auch da habe ich eben mit dir darüber gesprochen und ich glaube, ich spreche das hier an dem Punkt an, dass wir merken, dass es doch immer einige Menschen gibt, die machen mit solchen Substanzen oder Zeremonien sehr schlechte Erfahrungen, sehr traumatische Erfahrungen, werden teilweise, landen in Situationen, wo sie mit ihrer Todesangst und in ihren Auflösungserscheinungen komplett alleine gelassen sind und trauen sich aber dann nicht darüber zu reden und sich damit zu öffnen, weil alle immer nur davon sprechen, wie heilig und bewusstseinserweiternd und wie wunderschön das alles ist und sie dann auch wieder denken, eventuell ist bei mir was falsch, je nachdem, je nachdem, wo sie gerade wirklich stehen, weil niemand macht das ja eigentlich einfach so. Viele Menschen, die das machen, an gewissen Punkten sagen, ich habe einfach, ich sehe Probleme, ich habe Herausforderungen oder es ist irgendeine Sehnsucht da oder irgendein starkes Problem psychischer Natur und das verstärkt es dann natürlich und deshalb ist es glaube ich wichtig, dass man vorher extrem gut recherchiert und aufgeklärt wird, was da passiert, wenn man sowas macht. Das ist nicht eine Sache, die machst du und dann hast du ein Erlebnis und dann geht dein Leben weiter wie vorher. Das ist nicht drin. Es gibt danach kein Zurück mehr. Das sind Prozesse, die gehen teilweise über Jahre. Du machst ein Bufo, das arbeitet und wenn du dann keine Begleitung hast und dir keiner hilft, diese Erfahrung zu verarbeiten oder du keine Spiegel hast, du bist völlig allein, das ist überfordert komplett. Das wollte ich gerade sagen, das Wichtigste bei solchen Situationen ist, dass man wirklich das passende Umfeld auch hat, dass das auffangen kann und auch gleiten kann zu diesem Punkt der Selbstentwicklung. Ich war auch schon einiges, einige Male in solchen Situationen, also eine ganz spezielle, sehr intensive, sag ich mal, wirklich, wo die Ich-Auflösung in einem stundenlangen Todeskampf ausgeartet ist, sozusagen auch. Und da war ich echt froh, dass die richtigen Leute um mich herum waren und man das später dann noch dementsprechend verarbeiten kann. Aber man muss sagen, diese Bad Trips, was man so sagt, das sind dann im Nachhinein, wenn man sie vernünftig auffängt und auch umwandeln kann, der Prozess daraus, der ist viel wichtiger als alle positiven Entwicklungen zusammen vorher gewesen für mich, fand ich. Und das ist sehr herausfordernd, das meistern zu können und da wir es ja nicht gelernt haben, uns selbst zu lieben und uns selbst zu stärken, müssen wir das irgendwie in der Gruppendynamik herleiten. Genau das wird dadurch ja wieder hervorgerufen. Genau. Ja, das Schockierendste für mich ist dann auch zu sehen, dass es Menschen gibt, die teilweise sehr viel Geld dafür nehmen und auch ja, einfach sich gewisse Namen und Titel geben und dann solche Sachen machen, obwohl das auf diese Art und Weise, ich weiß nicht, vielleicht was ist traditionell, also vielleicht funktioniert es hier auch traditionell einfach nicht, weil du bist nicht im Dschungel hier, sondern du bist in dieser Welt mannigfaltigeren Reizen ausgesetzt und du hast ein viel, viel dichteres soziales Feld, je nachdem, wo du in Deutschland lebst. Also es ist schwierig. Ich finde die Integration, das ist glaube ich das Wichtigste und da brauchst du ja, einfach Leute, mit denen du reden kannst, die dir helfen können und du brauchst in den Momenten, wo du es machst, unbedingt Menschen, die den Raum halten können und die dann nicht selber mit in Panik verfallen und mit in Hysterie gehen und sondern du brauchst Menschen, die den Raum halten, die ruhig bleiben, egal was passiert und sich um dich kümmern und dich mit Liebe versorgen und ja, es dir so angenehm wie möglich machen, bis du wieder zurückkommst. Absolut richtig und sehr wichtig, das Setting ist alles und ich frage mich jetzt dann aber, was hat den höheren Stellenwert, derjenige oder das Umfeld, was dich begleitet oder die Sache an sich? Ich glaube, die Sache an sich wird sich dem immer überstellen. Es ist ja, also ihr könnt gerne, also ich spreche nur aus meiner Erfahrung, aber in meiner Erfahrung ist es so, wenn du zum Beispiel Ayahuasca Zeremonien machst oder Retreats machst und die Dosis ist relativ gering, dann ist es so, dass Aya deine Mithilfe braucht. Du hast die Möglichkeit, diese Tore, die sind ganz nah, du kannst da durch und du kannst dich fallen lassen und du kannst auch einfach nur wegschweben und mit deinen Themen oder dem, weshalb du eigentlich angeklopft hast, du kannst es auch verpassen und einfach nur wegdriften, aber wenn du auch schon passiert, ja. Wenn du etwas, wenn du dir etwas angucken willst, wenn du Wachstum willst, wenn du Vertiefung willst und wenn du Entwicklung willst, dann braucht Aya in dem Stadium deine Hilfe, aber dann kannst du alles mit ihr machen und es gibt die hohen Dosen, wo Aya nicht nach Erlaubnis fragt und dich einfach mitreißt und dir zeigt, was gerade Ambach ist. Wobei man da sagen muss, dass die Substanz meiner Erfahrung nach auch wirklich intelligent arbeitet und dich in das Thema reinsteudert, was für dich gerade wirklich am akutesten aufzuarbeiten ist, um erstmal den Rest später klären zu können. Also was gerade bei dir wirklich der dickste Brocken wird dann wirklich aufgerollt. Das ist auch ganz klar eine Empfindung, die sich in den Bewusstseinszuständen einstellt. Das ist verdammt intelligent und intelligenter als ich, da bin ich mir sicher. Es ist sehr liebevoll. Also so habe ich es bisher kennengelernt. Liebe ist die Antwort auf alles. Ja, also irgendwie ist es empathisch. Ich habe immer das Gefühl, ja, ich begreife, warum das wichtig ist irgendwie. Ich darf auch immer selber mitbestimmen, das ist hundertprozentig so, wie du es auch eben schon sagtest, da gehen gewisse Tore auf, die sind dann auch fast greifbar, aber sobald ich nicht mein Einverständnis wirklich dazu gebe, passiert da nichts. Also ich, das ist immer wie so ein, so hier, jetzt ist das auf, willst du auf? Okay, auf, alles klar. Und jetzt ist das auf, willst du auf? Okay, auf. So geht das dann immer stufenmäßig weiter, aber immer nur, wenn ich es wirklich will. Und da kann ich mir selber nichts vormachen. Man wird ja auch währenddessen von liebevollen Entitäten begleitet, die einem dann schon zeigen, woran man sich nicht mehr erinnern kann in der Situation, wie das sich da verhält auf diesen Ebenen, zu agieren mit dem Bewusstsein. Ein multidimensionales Superhelden-Team steht dir ständig beiseite. Es ist phänomenal, ja. Und ich hatte, ich finde diesen Unterschied auch, also ich, ich hatte das Angebot ganz oft bekommen, doch mal so was mit Aya zu machen oder ein Bufo zu machen oder solche Sachen oder auch, ich habe auch Freunde, die machen sehr viel mit Pilzen und sagten immer, komm, mach mal hier auch so richtig hochdosiert zwölf Gramm oder was. und dann gemeinsam shapeshiften oder irgendwelche Sachen und ich sagte so, nee, weißt du, ich habe meinen Zugang, das ist die Trance und die Hypnose und egal, was mich beschäftigt, so, ich habe den Zugang zu meinem Unterbewusstsein. Ich kriege meine Infos und habe meine Visionen und das sind sehr eindrückliche Erlebnisse auch. Und dann auf einmal diese Erfahrungen zu machen und wirklich, ich habe sowas in meinen Reisen und Hypnosen auch schon gesehen, aber wirklich diese bunten, diese, wie heißen, diese geometrischen Figuren und diese Mandalas zu sehen, das hat mich übelst weggeflasht. So, ich habe gedacht, das kann ja echt nicht sein. Oh, krass. und wow, das war mega beeindruckend und es scheint tatsächlich, ja, es ist intelligent, es ist Teil des Bewusstseins. Es ist super spannend, auch was im Gehirn dabei passiert und wie wenig die Wissenschaft eigentlich auch, wie soll man sagen, zugibt, zu wissen darüber. Wobei, es gibt ja in den letzten Jahren immer mehr gute Forschung auch, von wirklich Spezialisten in der Neurologie, in der Psychologie allgemein, der Verhaltensforschung und so und gerade jetzt auch mit DMT zum Beispiel wurden ja auch in den 90er Jahren viele Sachen schon gemacht, die jetzt nach und nach immer weiter rauskommen und es ist ja wirklich, ja, es ist weltenverändernd, wenn es denn jeder mitgeteilt bekommen könnte. Haltet ihr das, was wir da denn machen, wie eine Art verschieden oder wie eine Art ja, Benutzen von Sachen, die uns versteckt oder Verschluss gehalten wurden? Wie ordnet ihr das ein? Dass wir schummeln und unser Bewusstsein schneller weiterentwickeln, als es uns angedacht war? Das ist spannend, weil das auch mit dem Remote Viewing haben dann einige in der Community auch geschrieben, so ey, mach das nicht und nicht zu deinem Nutzen und mit solchen Mächten spielt man nicht und hin und her und so, ne? Ich, ich denke, es sind Pflanzen letzten Endes, also du machst, es ist, es ist mehr, wenn du es in dem Bewusstsein machst, wenn du ein eigenes, wenn du ein Aya kochst und du singst Mantren dabei und du trommelst und du, es kocht ja lange und ähm äh, also ich bin mir da ziemlich klar, ich halte das nicht für Schieten, sondern für, ja, einfach ein Einvernehmen von sowieso Dingen, die da sind und die zur Natur gehören. Unbedingt. Es ist eine Rückfindung, eine Rückfindung zum natürlichen Dasein, weil ich glaube, in einer artgerechten Menschenhaltung hätten wir immer einen natürlichen Zustand, der sich dementsprechend, also mehr in diesem Bereich bewegen würde. Das kann ich mir auch vorstellen, dass das sehr viel, also es hat definitiv mehr mit unserer Natur zu tun, als das, was wir anderswo erleben, in dem, was man Realität nennt und ich glaube nicht, dass es ein Cheaten ist, ich glaube aber auch, dass man nicht in dieses Bewusstsein kommen sollte, davon, man müsste immer höher, höher, höher und immer weiter, 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 sondern integrieren, integrieren, integrieren. Ja, das eher, ja, eher so, weil ich könnte das nicht oft machen, so richtig, weil ich immer wieder merke, dass es immer noch arbeitet. Reflektieren, akzeptieren, integrieren, genau. Ja. Sehen, verstehen, verarbeiten, ja. Es ist aber wundervoll und man muss einfach sagen, dass das sehr vielen Menschen hilft und ich glaube, wenn es verantwortungsvoll eingesetzt wird und liebevoll, dann ist es auch Healing of the Nation und abgesehen davon das Ticket in eine ganz, ganz andere Welt und das ist das, du gehst da hin und ich bin davon überzeugt, beziehungsweise ich merke es ja auch, du brauchst die Pflanzen irgendwann nicht mehr dafür. Richtig. Also teilweise bei Prozessarbeit, wenn ich mit meiner Freundin an irgendwas arbeite und irgendwas mir angucken will, dann kriege ich diese Würgereize schon teilweise so irgendwie und dann will das raus, was auch immer das ist und energetisches Kotzen, ja. Ja und wenn ich dann bei als ich in meinem, ich habe dieses 5-Meo-DMT habe ich genommen und dabei habe ich einen Atem gezeigt bekommen. Also ich bin, ich habe ja Trance-Arbeit, autogenes Training schon mit 16 gemacht irgendwie, ich kann sehr gut loslassen und einfach dann einfach passieren lassen und das war sehr krass. Das war sehr krass. Da war ich dann da war ich einfach weg. Ich weiß nicht mehr, ich weiß jetzt schon nicht mehr mehr, was ich sagen wollte. Ah ja, dieser Atem. War das so ein Zyamonika-Effekt oder wie hast du das wahrgenommen? Es war ein ganz, ich war ganz, also es war so also es war ganz leer, ich war komplett leer und habe wirklich nur noch so ganz kleine Atemzüge gemacht und ansonsten war nur so Ding. Und wenn ich in diesen Atem irgendwie mich zurückfinde, dann merke ich auch, wie mein wie mein Bewusstseinszustand so shiftet. Das habe ich bisher, also ich habe es bisher noch nie einfach zweckmäßig gemacht, um zu gucken, wie weit ich da wieder zurückkomme, aber ich glaube, da geht was. Aber es ist auch immer so, ich gehe so Schritte, ich presche nicht so krass nach vorne, weil ich doch auch irgendwo mit meinem Alltag beschäftigt bin und ich glaube, wenn ich noch ein Junggesellenleben führen würde und ja, nicht so viele Pläne tatsächlich dann hätte oder Projekte, an denen ich arbeite, dann würde ich da auch noch ein bisschen mehr Gas geben. Aber so kommt das einfach und dann so wie es in der Vergangenheit auch schon immer war, ich habe ein Buch da liegen, habe reingelesen, gemerkt, ist mir zu krass, habe ich wieder weggelegt und dann zwei, drei Jahre gewartet, bis es irgendwann dran war. Das ist ja auch so ein Punkt der Intelligenz davon, dass es auch wirklich dann zu dir kommt, wenn du dafür bereit bist. Ja. Und das ist ja auch nicht so, dass man zum Beispiel jetzt, wenn du ein Alkoholiker bist und dann brauchst du immer diese Substanz, um irgendwie wieder on point zu sein oder einigermaßen klar zu kommen im Alltag, ist es ja eher das Gegenteil. Es öffnet bestimmte Barrieren, die dich im Vorfeld verzehrt haben, dann war es sich, oder deine Wahrnehmung auf die Welt sozusagen und nimmt diese raus und dann muss man erstmal wieder gucken, dass man mit dieser neuen, unverzerrten Realitätswahrnehmung einigermaßen wieder ins Reine kommt und dann kann man schauen, ob man sich halt wieder neue Blockaden annimmt, die man dann rausnehmen kann. Aber es ist jetzt ja kein Zustand, den man dauerhaft im Alltagsbestreitungsmodus irgendwie umsetzen könnte. Nee, das ist ja wirklich ja, vielen lieben Dank an alle Mitreisenden. Dies war nun der erste Teil unseres Gespräches und der zweite Part folgt in Kürze. Ihr dürft gespannt sein. Ja, die Zeit ist nun gekommen, dass wir uns alle endlich authentisch austauschen und somit unterstützenderweise in unseren Umfeldern wirken können, um mehr Wahrhaftigkeit zu kultivieren. Ich bedanke mich noch mal für euer Team was ich sagen habe und sonderbar.